Drei! Im gleichen Jahr. Drei! 1,5! Ich töte Pixel jetzt! Hau rein! 1,2! Was ist das für mich? TTT! Schnell, Juli! Wir sind zurück zu! Herzlich willkommen, wir geilen Gamer! TTT! Alle Gamer sind mit dabei! Alle geilen! Und heute wieder mit Dami! Sie redet von mir, hallo! Jawoll, sie hat aber direkt meinen Namen genannt! Goro! Renz! Hallo! Bosta heiße ich heute! Moin Moin! Nishi! Hallo! Nils! Hallo! Tau Tau! Das sag ich! Fisk! Hallo Jello! Pixel! Tau Tau! Early! Hallo! Und Juli, was weiß ich! Oh Juli kommt als Letzte! Boah! So! Stopp! Ich hab Kipzig noch nicht im Vordergrund! Stopp! Halt Stopp! Fisk! Fisk! Boah! Das ist mir jetzt egal! Die wollten nicht auf mich warten! Hallöchen! Und willkommen zu einer weiteren Folge! TTT! Fade regelt Tau Tau! Anderen Menschen, die dabei ist! Mir ist egal, ich hab kein Boxer weh! Fade regelt! Hat er sich wieder die Aufnahme geschlichen! Tau Tau ist es! Ich schubs ihn jetzt! Wär doch schade, wenn Tau Tau jetzt fällt, oder? Willkommen zu meinem neuen Video! Glaub Early ist er jetzt! Wir machen heute mal die TTT Challenge! Wo du noch lebst und hier halb AFK warst! Boah, heute ist die Challenge! Machen wir heute nicht die Kuss Challenge, Nils? Nein! Schade! Aber heute stellt mir Julian, nein Julian, aber wirklich mal die 10 unangenehmsten Fragen! Nicht schon wie in den letzten beiden Videos! Was waren da für Fragen bei uns? Was soll das Early? Das war Early, oder? Du hast den Machen rüberschmissen! Ich hab gar nichts rüberschmissen! Soll ich ihn erschießen, Nephi? Erschieß ihn! Hallo! Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Eigentlich ja! Wenn du so fragst? Hä? Was ist das? Lol! Ich hab'n Fass über die halbe Map geworben! Das ist aber im Film mitten in der Luft weg gewesen! Fisk, warum? Ich glaube es ist PixPix! Du bist hart am Shoppen! Ja, ich hab'n Fass selber! Fisk ist es? Wieso soll ich das jetzt sein? Weil du hart am Shoppen bist? Ja, ich steh'n da oben und jetzt weiter! Wo wir grad über Fisk reden, Leute! Jetzt, habt ihr schon mitbekommen, dass Fisten jetzt im Buben steht? Pixelspaß! Ich hab'n nur geschossen! Hey, hallo! Nils ist es! Hi! Los Nils, jetzt bring's auch zu Ende! Ja, jetzt! Oh Gott, ich will auf das Fass schießen, Nephi! Oh! Ich hab'n auf das Fass geschossen! Ich war's nicht! Pixel ist es! Ich wollte, aber ich war's nicht! Ich bin es nicht! Julie, töte Pixel! Ich hab'n Fass jetzt gerade einer von mir gestochen! Pixel ist es auch nicht! Wieso habt ihr denn? Eure Kicks hat nicht angeschlossen! Ey! Dann ist es Julie! Warum ich? Weiß auch nicht! Go ist auf jeden Fall nicht! Immer so gemein auf mich, ne, Botze! Ja, wollte ich ja mal! Ich war schon verarschen! Zeig' dich, Botze! Komm her! Ich bin Dete! Und falsch! Wieso Early oder nicht? Wieso ich? Dann müssen wir ja die verarschen! Wer hat das die ganze Zeit... Wer hat das jetzt schon wieder... Ja! Leck mich! Wer hat grad auf Tautau geschossen? Early! Er hat was gesehen! Vom Turm! Er verfolgt Tautau! Da hinten ist Early! Ich sag die ganze Zeit, dass du... Oh Gott, Early tötet mich jetzt! Friendship Beam auf Early! Ich bin tot! Er hat Kunran getötet! Ja! Eigentlich darf ich gar nicht mehr reden! Kunran ist nur der Kunran getötet! Wo ist eigentlich der ganze Spaß? Ja! Da ist er! Hey! 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 Hast du jetzt wirklich auf ihn geschossen? Bitte nicht mehr reden, Kunran jetzt! Ah ja, tut mir leid! Ab jetzt! Wir hätten das da oben! Ach, das ist Tautau! Guten Tag! Was ist hier komisch? Guten Tag! Hey, wo seid denn alle? Wir müssen noch... Ein, zwei böse Buben töten! Das ist Juli und Early! Wieso? Los Juli, komm hier rüber! Du bist so gemein! Jetzt werd ich fast da rüber! Wie kannst du nur? Ich bin ein schlechter D, Till! Guck mal Juli, ich riskiere! Ah, es ist Juli! Sie wollte mich schwängern! Alter! So nicht! Ich bin in festen Händen mit Goro bei! Gut! Jan ist Early! What? Wir haben aber drei! Ja, wir haben drei! Oh, ein Dead Ringer! Unter mir! Wo ist unter dir? Hä? Unter dem Twin Towers! Okay! Ich hab ihn wieder gehört! Er muss hier noch sein! Hä? Er ist hier noch! Seit wann kann man den Namen sagen? Oder er ist tot! Du hast ihn getötet, oder? Ruf die Brücke jetzt weg! Nein, nein! Ich hab ihn nicht getötet! Irgendeiner ist hier im Turm noch drin! Aber Early! Wieso sehen wir nicht mehr? Leute, wer ist im Turm hier drin? Ich! Okay! Er ist unsichtbar, oder? Ohne Scheiß! Meinst du eine Device, oder was? Ne, das hätte man doch gehört! Hast du jetzt gerade mit der Shotgun geschossen? Ja, ja! Ich hab gerade mit der Shotgun geschossen! Kann doch gar nicht weg sein! Vielleicht ist er hier! Einen Sniper! Einen Sniper! Gegenüber! Das kann nicht im Turm sein! Oder kann man da rein? Der schlägt bei mir ein, Alter! Ne, das schlägt bei Tauta und mir ein! Ja, aber er schießt von woanders! Ja! Das ist klar! Und zwar da rüber, Grants! Links! Von mir! Links! Rechts! Wo? Ne, da hoch sehe ich! Ja, das ist er nicht! Er muss in diesem Traitor-Häuschen sein! Scheiße! Nephi ist down! Und ich... OOOOOOOOH! Oh Gott! Ey, diese Treppen! Detective down, Leute! Ja, in dem Traitor-Haus ist Early drin! Habe ich! Was?! Ja, sauber! Aber ich war... Hä? Ich habe gar keinen Deadwinger gehabt, als das Ding eben anging! Das war ich nicht! Nein, das war ich! Der Deadwinger hat gebackt! Warum sagst du denn nichts? Dadurch wurde ich verdächtigt! Ich habe nicht eine Sache! Ich habe für die Erste gemacht! Nö, auf den Druck geschossen! Er sagt, dass es sein Deadwinger war, oder was? Oh mein! Oh mein! Schlechter Traitor! Als Julia tot war, habe ich angefangen, was zu tun! Das Einzigste, genau! Wenn du des weiteren Selbstringlogen gesagt hättest, dass es sein Deadwinger war und der bei dir angeht, warst du trotzdem verdächtig! Weil es geht nur bei Traitor! Ja! Aus der Nummer kamste nicht mehr raus! Bei den Friendship löst er alle Deadwinger aus, die da sind! Alle! Wirklich alle! Aber dein Kollege einen hat! Also Friendship und, wie heißt das noch, Deadwinger, das Scheiße ist da! Hey! Oh! Oh, nice team! Oh, nice team! Mein Dingens! Nein! Ich habe meine Waffe gesucht, die gerade geklaut wurde! Ja, ja! Ja, ja! Oh! Oh, neee! Oh! Oh, neaa! Erli frei zum Abschuss! Friendsbefehl! Oh, bitte! Wer hat die Disko geworfen? Wer hat die Disko hier vor der Serie rausgeworfen? Ich glaube, Erli töter wird es nicht gleich sehen! Hallo! Oh, Gott! What's that? Wer bist du? Juliet? Julie hast du die Disko geworfen? Man darf mich gerne mit Gott vergleichen in FISC. Glaubt es mir, ich habe es gesehen! Dann schieß sie ab! Filz, ich hab ne Dingens in der Hand, ne Disco. Ich hab ne Ins in der Hand. Ja, aber wenn meine hochgeht, fliegst du weg. Disco, Disco. Goro kommt dazu. Alle kommen dazu. Oh mein Gott, Leute. Party, Party. Ich werd jetzt hier erstmal abschlagen. Ich schlag ab. Ich fack aus. Ich gucke mir an, was hier rumsteht, was hier rumsteht. Du solltest nicht stehen bleiben. Man kann dich rechtlich leicht treffen. Ich schlag ab. Ah, Scheiße, stimmt ja, da war ja was. Juli, warum hast du mich auf Early geschossen? Wo ist er denn? Ich seh ihn nicht mal. Goro ist es auch. Du deckst Early Boy da. Er ist hier. Wo ist er? Juli wurde angeschossen. Das war ich nicht. Juli, das war ich nicht. Das war Pixel, oder? Ja, das war ich. Das kam von da hinten. Ja, ich war's wirklich nicht. Ja, es war Pixel, hat's doch schon zugegeben. Ja, es war Pixel, hat's doch schon zugegeben. Aber ich hab dich fast tot geschossen. Ja, ich weiß. Ja, es ist tatsächlich ein Traitor tot, wir haben Punkte bekommen. Ja, ich weiß. Hier im Turm, Pixel ist es. Fuck off. Nein. Du hast Juli angeschossen und darunter musste ich leiden. Immer, weil er mich beschuldigt ist es. Pass auf, pass auf, pass auf, ich spring runter hier. Dann könnte er sehen, dass ich's nicht bin. Was? Hat er sich jetzt eckig umgebracht? Alter. Er hat's da getötet. So, hier, Achtung. Boxster ist tot? Der war bei mir da oben. Juli, Juli schießt auf mich. Einer ist Nils. Der kleine Nils. Ach Juli, warum schießt du denn einfach auf... Ich dachte... Drei, Dayno kann eskalieren. Jo. Alles klar. Ist das so? Nein, also ich weiß nicht. Es kann gelogen sein. Wenn noch mehr drei leben soll, dass ich bitte mehr. Also ich leb noch. Ich leb nur noch drei. Jetzt leben scheinbar nur noch Nils und Goro. Nils, Kunran und Goro. Ja, ich bin Dete. Nefi auch. Und Nefi ist es. Und Nefi ist tot. Nee. Wir haben keine Punkte bekommen. Dann ist der letzte in dem... Ja, und Nils hat Goro getötet. Und wie er das trifft. Fuck off. Zwei fliegen mit einer Klappe. I'll be back. Boah, man kann den Wasserturm steuern. Sehr krass. Ja. Hat sich das, oder? Nee. Schade. Sah aber gut aus. Aua. Aua. Das ist doch so ein Mist. Ja, ich glaube. Das sind ja noch irgendwelche. Nein, das sind keine. Sehr gut. Kann ich noch irgendwas cooles kaufen? Ich glaube nicht. Ist nicht meine Schuld, dass der da nicht rauskommt. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich geh da gleich einfach hin. Wenn ich nicht weißt, wo du bist, komm ich ja auch nicht raus. Na ja. Normalerweise finde ich das selber auch nicht so witzig, wenn die Leute das machen. Deswegen... Hat einer Team Road kassiert, ey. Wat? Ich schnauze. Hoe? Was? Wo, was war das? Das f потер HAVE딜 oder nicht mehr auf das, sagst du auch fast schw großes çar? Ohja. Ihr habt ja das Blutspritzen sehen. Ja, du hast mich auch getroffen. Du hast doch getroffen. Ja, sehr gut. Ah. Oh. Hat sich das. Schad. Ich schubst dich. Juli, was hast du gemacht? Ich bin fast hochgekommen, dann geht Nils runter. Ich hab Hixi gar nicht getötet. Ja, aber hast du auf ihn geschossen. Weil ich dachte, er war's. Und dann hast du mich erschossen. Ja, richtig. Mann, du machst das scheiß modlich. So läuft's im Leben, gell. Mann. Mann, Mann. Steht der nur unten links ganz dick. Mann. Ja, hab ich nicht dran gedacht. Ja, ist auch neu, Early haben wir letzte Woche eingeführt. Ja, ich war zweimal. Kun dran, Zeit zu sterben. Ich hab's auch mit dem Newsletter. Oh. Ich find's immer noch blöd. Jetzt verstopft. Ja, du hier. Mich hat's aber auch eine Bitch. Könnt ihr übrigens mich bei dem Newsletter noch mal umschreiben? Ich hab jetzt meine AOL, die meine Adresse gekündigt. Gehen Sie. AOL. Da! Oh Gott. Alter. Ist er tot wenigstens? Hast du das? Ich glaub, er ist tot. Ich will wieder belebt werden! Hast du das? Nein. Ich war bei Juli. Ich glaub, er ist... Ich glaub, Pixel war's. Ja. Mann. 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 Also so ganz prismatisch kann das ja auch nicht sein. Er hat mich getötet. Das werden wir nie erfahren. Okay, Pixels. Es ist aber auf jeden Fall nicht Nils. Ich glaube, Tautau ist es. Weil Nils, der war noch Punkt Pixel. Also ich sag mal so, Pixel könnte... Achso, Early war Trader, ja. Nein, der kann sich nicht sagen. Ja, nein, ich sag mal, selbst wenn Pixels gewesen wäre und Early Inno gewesen wäre, dann wäre auch die Chance sehr gering, dass Early die erste auf der Liste war. Tautau. Ja. Tautau, Leute. Ja, da hast du ihn auch. Habt genau gesehen, Tautau. Damit dürfte ich selbst sein. Ja, so läuft es. Grüßt euch, Leute. Wo ist er bei mir? Hier, oh shit. Wo ist er denn? Da hinten auf dem Traderhaus. Ja, wo ist er denn? Oh, ich glaube, ich habe ihn von hier erwischt. Wo steckt er denn? Ich habe ihn auch erwischt. Von Nitten Shotgun. Ich sterbe mir wie die Fliegen hier, ey. Das ist scheiße, Nefi als Letzter, oder? Letzter muss Goro sein. Okay, Goro frei zum Abschluss. Da, er hat ein Jetpack, er hat ein Jetpack. Detective T. Ja, ich komme angeschlossen. Hallo, Dalu. Kundran, na? Wolltest du gerade aufhören? Kundran ist, also Fisk ist auf jeden Fall safe. Weil Fisk wurde angeschossen. Es ist ein Fisk. Ey, heil dich mal, Juli. Wer ist der letzte, Goro? Ja, wenn der zu einfach wäre. Ach, scheiße. Stimmt ja. Fisk ist fast tot. Ich bin fast tot. Der ist hier hinten noch. Es ist Nephias. Wenn ich nicht tot bin, ist es Pixelschwein. Bin ja gerade hochgekletzert. Pixel und Nefi können sich dollieren, oder? Das hat mir Schaden gemacht, Alter. Das hat mir Schaden gemacht. Reiz mit Schaden. Der flog gut rüber, Alter. Nefi, komm mal her, wir sollen uns dollieren. Na, potze. Warum? Ich habe mit auf deinen Widersacher geschossen. Und da fliegt sie los und stürzt gleich ab. Nein, nein. Oh, Juli. Fisk, warst du gerade baden? Was, baden? Nein. Ich werde beschossen. Also Fisk hat so eine Zahl auf sich, von den Asken. Ja, weil Fisk hat Dingens getötet, Juli. Ich weiß nicht, soll ich ihn jetzt töten? Nein, Fisk, nein, Fisk auf keinen Fall töten. Der ist 100% inno. Ich habe da eine Brat in die Richtung geworfen. Nur in die Richtung. Ja, du bist genau vom Haus geschossen. Juli, weil Fisk kann es nicht sein, weil er wurde doch von Tautau angeschossen. Achso. Da, schubs Kundran, schubs Kundran. Ich habe den durchbricht. Boah, Talo, lebst du noch? Ja, nice moves. Das ist ja auch nicht mehr für die. Kundran lebt auch, ne? Ja. Hey, du warst schon tot, ey. Schubs ihn, Juli. Wir waren alle schon mal tot. Ich ruper ihn jetzt, okay? Mach irgendwas, ihr wollt. Ich werde lieber gewesen, ich bin tot. Bist du? Nefi war's, oder? Was war's? Ja. Oh, Mann. Nefi, den hatte ich gar nicht aufgeschossen. Weißt du, wenn die anderen beiden direkt sterben, ey? Das Obi-Schupfen könnte auch da. Wer war das? Das was? Das Obi-Hörnchen. Was ist der? Boah, wer hat mich gedrückt? Das war Dalo. Oder gut, Dalo, wer von mir jetzt umgeht? Nein, wer war das? Das war Pixel. Wer ist ich, Pixel? Der kennt keine Grenzen. Der kennt keine Grenzen. Pixel-Spaß. Der kennt auch keinen Fass in der Hand. Na, Schatz. Da macht er dich fertig, wenn es am Fass in der Hand ist. Ja, einfach so kennt er keinen Fass in der Hand. Wer ist der da? Du hast mich ja nicht in den Kopf oder so runtergeschoben, du hast mich ja... DAMAF! Gleich. Lauf, Pixel! Oh, hinter dir, Pixel! Ich dachte, du bist tot. Nein, du hast mich nur nach oben gehauen, in die Luft. Cool. Oho, Scheiße! Ich hab das fast weggemacht. Goro, hey, hallo, siehst du wieder? Early ist es, oh. Ja, ich hab eins mit dem Ding, was ich hab rumgekommen. Los, Goro, booste mich. Ich hab noch was gekauft. Okay, warte, warte, warte. Was macht ihr? Sag, du musst zählen. Drei, zwei, eins. Hallo, Kundran. Oh, du kommst. Hallo, Kundran, ey, Einsatz ist hier. Macht aber gefährliche Spielchen. Ich hab ja einen Flopper. Wenn dir das gefährdet, dann müsstest du gleich mal in einer anderen Situation sein. War das hier eigentlich... Goro, mach die Brücke gefunden. Nee, schade. Geht leider nicht. Ich hab beschossen. Doch, das geht. Die neue Rooftops hat uns nicht wiedergefunden, ne? Nee. Oh, Mello, die war toll. Aber da steht keine... Hier ist keine Brücke mehr. Juli schießt. Und... Ach, Toto steht hier. Und... Ich schiebe meine Rache auf nächste Runde. Early ist es, also. Early ist es. Early ist es, boxt ihn. Ja, Early und Pixel sind. Oh, jetzt ist ein Pizzer, wie Leute. Alter, Goro hat eine Disco geworfen. Goro, Bolli. Goro. In Paul. Oh! Er ist gesprungen, er ist wirklich... Es tut mir wirklich leid, er ist gesprungen. Juli? Hast du... Explosives Fass, Leute. Nein, hab ich nicht, er war es nicht. Ja, was? Oder hat er einen Flopper und rennt den Zorn? Bin hier. Nein, das hörst du. Das hörst du. Wer war das? Ja, ich war, es tut mir leid, aber es war kein Absicht. Ich stand mit dem Fass hinter dir, bin einen Schritt nach vorne gegangen. In dem Moment bist du gesprungen, deswegen hab ich dich über die Brust und geschoben. Echt? Ich bin vom Zell. Ich glaube, ich hab einen hier. Da ist Nephi, hab ihn. Go to boy. Ja, ich glaube, du bist es. Ich? Oh, ups. 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 Oh Gott. Ups. Ups. Wäre doch schade, wenn jetzt hier ein Fass durch die Gegend fliegt. Oh. Oh, Nephi, bist du ja noch gekommen. Ja, du bist doch noch knapper. Hallo. Jetzt wirst du mich erschießen, oder was? Was passiert immer was, Juli? Wann fängst du an? Da drüben hat jemand angefangen. Kundran. Ich hab da drüben ins Fenster geschossen. Tauto ist es! Hilfe, Leute! Tau, Tau. Kundran auch! Kundran und Tautau. Aua, Headshot! Der war von mir. Nephi, auf der Brücke. Auf der Brücke. Wir haben einen Trader-Toch. Ein Trader ist doch gerade gestorben, du Nase. Ist doch alles super. Nase weiß. Du bist einer und die Dede, ne? Ja, dann. Was? Noo! Fisk, ey, das hätt doch nach hinten los. Fisk, ey, das hätt doch nach hinten los. Zum Glück hat er nicht beendet damit. Ja. Ich seh noch da du an... Och nein. Ich fall runter. Ich hab im Eifer des Gefechts Kunran erschossen. Ich wusste doch, dass ich dich gefunden habe. Du hast doch nicht gleich reagiert. Du hast ja nichts gehört, da bin ich gelandet. Ah, schießen. Eben. Oder? Der hat ja jetzt schon echt Schiss gehabt, dass du mich mit dem Fass tötest. Das ist mir so bitter. Das ist mir bitter. Oh Gott, diese Map. Oh. Wenn ich jetzt wehr, mach ich early direkt. Das ist ein Größer. Wenn ich jetzt wehr, mach ich early direkt. Okay, Leute? Mehr ein Knies, aber dieser Map schon. Ah! Grants! 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 Stimmt! Das ist ein Größer. Ich hab keine Lust! Nö, tschüss Jack! Und auf uns. Ganz hat den Lernst! Nicht! Ha. Grants hat den Lernst! Aber Pixel tut mir leid, ich hab auch das Fass hinter dir geschlossen. Ey wer ist hier? Entweder Nils oder Big Four. Nils ist tot, ein Pixel erschossen worden. Nils ist runtergefallen. Wer mich findet von den Inno's, ich hab was hinterlassen. Was hast du da hinterlassen? Big Four ist das. Eine Spur. Was hast du da für ne Waffe? Das ist ne normale Schnapp. Friendship? Oh mein Gott. Pixel ist safe, der ging auf ihn. Der ist irgendwo hier in der Nähe oder? Nein. Der hat sich selbst gezündet. Okay. Ach da ganz hinten. Boah alter Pixel, dass du das überlebt hast. Ja. Das ist Musik ey. Juli ist es. Hallo Tau 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 Tau. Juli ist es. Sag ich doch. Juli? Ne. Soll ich es schon sagen? Weil du im Chat stehst? Pst. Pst. Danke Juli. Ich hab sie. Danke. Sorry, aber ich muss das machen Leute. Doch nicht wahrscheinlich. Erli hat doch die Runde überlebt. Goro war es auch noch ne? Jaja. Aber Juli tötet ja auch. Die Leute fangen bei mir jetzt auch an sich zu beschweren, wenn Erli dabei ist. Das geht das alles aus. Jetzt. Jetzt. Achso, die Runde ist zu Ende gewesen. Ich dachte, ich hab sie mitten in der Runde wieder belebt und wieder gelebt. Boah. Diesmal ist er jetzt einmal hintereinander instant gestorben. Jetzt da war sich aus. Los Leute, verfolgt ihn. Ich hab ihn wiederbelebt und erschossen. Storking. Ich dachte, die Runde ist noch nicht vorbei und du belebst ihn einfach so wieder. Auf Freundlichkeit. Auf Freundlichkeit. Auf Freundlichkeit? Nein, nein, nein. Wiederbelebt haben wir jetzt schon ein bisschen länger. Aber dann war leider schon zu Ende. Dann wollte ich mich eigentlich erschießen. Wenn ich Trailer bin, dann bin ich Early ab. Genau. Halt die Schlauze! Wer Early Boy als Ziel hat, der darf in so vielen Minuten. Mach jetzt nicht Tau Tau! Befehl vom Detektiv, Early Boy. Schon wieder hier. Komisch. Aber da gibts ne Waffe. Da ist irgendwas zurückgeflogen. Wer erschießt hier? Ich hab auf einem Fass gegenüber geschossen. Achso, dann war das ein Stück vom Fass, okay. Ein Stück. Was macht denn jetzt mit der Mikrofälle? Ja, das war nur ein Stück vom Fass. Kein Bock mehr! Habt ihr Early Boy schon getötet? Halt die Schlauze! Kochen mit dem Mikrofälle. Nein! Nicht der Waffe! Okay, du darfst rüber. Danke. Jetzt killst du mich. Und den nächsten, Juli, den nächsten. Oh! Wir sind abgetrennt von der Welt. Was machst du da? Ich hab Angst, dass du mich machst. Ich kann hier dicken Müffmalen, Juli. Oh! Und zumindest die Disco oder so. Ich bin hier. Komm, ich fang dich, Juli. Sprich. Das ist vollkommen richtig. Das hätte keiner gemerkt. Auch wenn ich aufhörte zu reden. Los, Early, ich fang dich. Oh! Fick dich! Early ist es, Leute! Weck mich! Los, komm! Manni! Was soll das denn? Hör doch auf! Wir haben doch nicht geschossen! Nils wollte nicht schucken. Nein. Schuppen? Schuppen? Mach ihn fertig. Early hat mich auf 51 runtergehauen. Mit der Mikrolaube. Das ist Early. Bei Nightshake meint er das auch immer. Was? Schuppen? Schuppen? Ja. Ich hab das noch nie sonst jemanden sagen. Das ist im deutschen Lexikon. Liquid sagt auch irgendwas komisches. Schuppen bei Rocket League. Ja, der sagt bei, ähm, gestompt oder so, sagt er bei Rocket League. Gestummt. Gestummt, genau. Wahrscheinlich meint er gestompt. Aber er kann nicht über Englisch. Der meint das bei Rocket League am Schubsen. Hier, ich wurde abgeschossen. Abschlag. Nach der Eintäuschung hieß der flüssige Ende. Halt die Schnauze, der Alu! Early lebt schon viel zu lange, finde ich. Early lebt viel zu lange, er muss Trader sein. Hör doch hoch. Good Gaming! Oh, ich bin hinter dir weiterhin, Fisk. Nicht, dass du dich erschreckst. Good Gaming war wirklich Trader Gaming. Damit ist Early safe. Das heißt, das war nur ein Racheschuss von Early. Early, ich bin enttäuscht. Da kann ich da rüberspringen. Ich bin es nicht. Wo kannst du rüber? Early boy schief. Ja, kannst du. Early boy schief. Wer hat mich angeschaut? Dahinten sind drei Leute. Alle haben einen Sniper. Oh, nein! Hinter dir, Kunrad. Ja, ich weiß, dass Dalu da steht. Aber was soll ich machen? Du bist es. Wer ist es? Kunrad? Nein. Dalu ist hier immer noch. What happened? Dalu ist nicht mehr da. Doch, Dalu läuft hier sogar über die Brücke jetzt. Hallo, ist gut jetzt? Fick dich! Early hat mich übrigens auf 47 geschossen. Also von daher. So musst du es machen. Dalu leck mich! Doch, du kommst dann auch runter, Early. Halt die Schnauze! Doch, ehrlich. Wo. Wo! Du Arschloch! Wo ist der? Wo ist der? Ich töte ihn an und der wollte mich töten. Early is safe, Leute. Wie der heute? Wo bist du gelangt? Der hat doch die Hand nach mir geschmissen. Spront. Blei dich ab! Warum? Du verlierst ja nur, wenn ich nicht mit einem Schuss gehst. Mit der Arme, wir kann ich nicht mit einem Schuss töten. Du hast einen Schuss. Ja, zwei Schuss! Nein. In der Waffe sind zwei. Wer lebt eigentlich noch außer uns vier hier rum? Nein! Kundrad! Dann ist es Nefi. Also, Kundrad ist es auf jeden Fall. Wer rennt da drüben? Den versuche ich jetzt zu propken. Nein, ich bin es nicht. Von dahinter hat die ganze Zeit auch nicht geschossen. Da war ein Dalu, da war. Lass dich nicht von Dalu belabern. Irgendwer anders. Fick dich! Fick dich! Und Kundrad ist es. Und Kundrad ist es. Kundrad ist es. Ich mach mal kurz das Fenster da kaputt. Ja, Kundrad ist es. Ich hab alles Fenster kaputt gemacht. Hey, auf mich wird geschossen. Was heißt es? Nein, warum bin ich es? Kundrad ist es. Kundrad ist es auf jeden Fall. Es sind Early und Dalu. Scheiße! Das war Tauto! Nein! Early ist doch safe. Early hat doch Nils gekillt. Early hat aber trotzdem grad noch jemanden. Nicht! Ey, wenn ich sterbe, ist es Fisk, Leute. Hilfe! Der versucht mich die ganze Zeit schon zu töten. Hilfe, Dete! Hilfe! Fisk will mich verprügeln. Ich verprügel ihn! Hä? Ach, leck mich! Hier! Dalu! Hier! Der muss es ja Fisk sein, oder? Hier Dalu! Hier! Early hat doch alle umgebracht! Ja, aber Early hat auch Nils umgebracht! Ja, aber er kommt jetzt auch noch auf mich zu! Dann ist es Fisk! Ich bin's! Pixel, schnell! Was ist denn da oben? Oh! Dalu hat doch Fisk geschossen! Ich habe auf das exklusive Fass geschossen, um ihn zu retten! Um ihn zu retten! Um ihn zu retten! Dalu springt! Sie duelieren sich! Dalu ist runtergefallen! Dann ist es Fisk! Oh Gott! Diffi! Oh Gott! Diffi!